Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas da draußen Der Skyland ist am Startgenossen für eine kleine Runde Ich hab keine Ahnung was das hier sein wird Ich seh ein bisschen vor uns aus, wie man an der Uhrzeit sehen kann 0 Uhr 33 Und ich habe die wunderschöne Seite www.321spielen.de www.321spielen.de Ich muss mal gerade gucken Nehmt ihr hier auf? Nehmt ihr hier auf? Hier unten ist am Blinken, das ist wunderprächtig Ähm Ja, ich hab dann hier ein bisschen rumgeforscht Und dann habe ich Was war das denn für ein Geräusch? Hab ich ein wunderschönes Spiel gefunden Spiele für Mädchen Und Gibt's wundervolle Spiele hier wie Real Hannah Montana Hier, hoppala Äh, äh Lego Friends Pool und so Das auch hier schön Wings Club World of Wings Derbe Aber wir werden uns auf ein bestimmtes Spiel stürzen Auf Barbie Ride Ich freu mich voll tierisch Hier ist jetzt gerade Werbung zu sehen Die ich aber jetzt gerade während des Schnittes dann verdeckt habe Ich muss mich noch ein bisschen anders hinsetzen Ich sehe wirklich gerade ein bisschen komisch aus Ich habe meinen Schlafanzug an Weil, äh, Schlafanzug voll gemütlich ist Äh Könnt ihr sagen was ihr wollt Wir drücken fortsetzen hier Yo, Digga Yo, Digga Äh Start Ich habe Keine Ahnung worauf ich mich hier einlasse Kannst du vielleicht ein bisschen größer machen Das ist schon besser finde ich Oh yeah Die Musik werdet ihr nicht hören Die werde ich nämlich dann rausgeschnitten haben wahrscheinlich Oder wird gar nichts drin in seinem Video Weil mein Video nämlich nicht den Ton von dem Spiel aufnehmen kann Alter Schwede, kann man die Help Oh, ich kann das Oh Gott Use arrow keys to right Okay, ja Es ist jetzt ein bisschen Bisschen schwierig zu merken Aber wir werden unser Bestes tun Äh, äh New game Okay Wum, 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 wum Wuhu Volle Kanulle Oh yeah Wuhu Okay Oh, da kommt es euch das mal an, ey Mega stylisches Ding Okay Abba da Nein, nein, nein Ah Was zum Heck Was ist denn jetzt Abba la Wir müssen noch ein bisschen weiter runter hier So, jetzt Nochmal Ich habe keine Ahnung Oh, der Roller sieht cool aus Soviel ist schon mal Soviel ist schon mal sicher Vor allem wie gänzdebil die ganze Zeit Nein, nein, nein Oh, gänzdebil die guckt, alter Wheelie Nein, das wollte ich nicht Entschuldigung Okay Nochmal Ähm Oh, das langweilige Scheißding Yeah Ja, das ist cool Oh, ho, ho Hi Nein Oh, das war jetzt No Play again Gummi jetzt New game Das ist ja Komm, das schaffen wir schon Okay Oh, yeah Best Roller Ever Oh, ho, ho Oh, ho Oh, ho Oh, ho Oh, ho Oh, ho Ist das geil Uh Voll Vorsicht Weil sie jetzt auch mal schaffen hier Yeah Jetzt haben wir den Mega Speed Roller Bam Voll drauf gelandet, alter Ein bisschen langsamer Und jetzt haben wir wieder den Pussy Roller hier Yeah Erstes Level Level Score 1000 Oh, ein Total Score 1000 Next Level, Digga Kann ich hiermit auch? Ne, hiermit kann ich nicht Oh, hier gleich ein Hügel Diese Irren Wie kann man denn da ein Hügel einbauen? Halt, nein, 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 nein Wollen, 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 wollen Ein Speed Roller Oh, yeah Also wenn man nach hinten drückt Ist das viel effektiver Als wenn man nach vorne drückt, alter Da muss man echt voll aufpassen Oh, den Sprung gerade noch so geschafft, alter Ist von Action kaum noch zu überragen Oh, dann ist das halt wirklich geschafft Vorsicht Nicht unterfallen Nein, wir haben ihn Nein Scheiße, rückwärts war ja anders Was mache ich hier überhaupt? Ich muss das nicht tun Ich muss das nicht machen Was ist das denn? Was? Versuche das rückwärts zu machen Was ist das? Was denn? Dafür konnte ich doch nichts Du scheiße Ja, ja Right Wer willst Ich habe das freigeschaltet, du Affe Was willst du von Alter Du scheißkerl Es wird nicht spannender, Leute Ihr könnt es vergessen Wenn es nicht nur was Irres Wie eine Lava Grube eingebaut haben Wird es weiterhin so lame bleiben Juhu Oh, das war knapp Bum, 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 bum Ja Wieder geschafft Ich sehe voll scheiße aus Nein, nein, nein Next Level, Digga Die Besten hier Dann kann ich hier irgendwie Jump mal oder sowas Nein, kann ich Okay Boah, diese Irren Alter, im Endeffekt muss man nichts anderes machen als ein Gas drücken, habe ich das Gefühl Alter Mein Bildschirm kommt nicht hinterher Oh, das war knapp Alter Scheiße, Klima Alter, mein Bildschirm kommt nicht hinterher Ja Yeah Level 2 Wir haben es so drauf Weiter geht's Brum, 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 brum Diese Irren Die haben hier so viel Nein Das ist eine Animation Nein, wir hatten ein Crash Was wird Cannon bloß davon sagen? Davon halten Hui Oh, haben wir gekriegt? Meike Baus Halt, rückwärts Barbie Das ist gut Nein Barbie ist schon wieder gecrashed So, ist Barbie Wir haben nicht mehr viel Wir haben noch ein Leben, Digga Ein Leben Ich will diesen Roller behalten Der ist cool Hätte ich auch im Real Life gerne Der sieht echt geil aus So sehen, Barbie hat so viele schöne Sachen, ey Jedes Mädchen sollte sein wie eine Barbie Mit solchen Und zwar einmal Eins Scheiße Was mache ich hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung Wir haben 0 über 42 Und ich spiele dieses komische Game hier Das ist unglaublich Die sind lockt Bei mir der Hut kann sich auch nicht entscheiden, wo er hin will Erstmal aus mit dieser Musik Ja, das war ein kleines Ich habe keine Ahnung Letzter Test war sowas Wenn ihr unbedingt spielen wollt 3-1 3-2-1 Vielleicht seid ihr besser als ich Ich habe keine Ahnung Das ist so lame Wenn euch das gefallen hat Es gibt noch Millionen anderer Spiele Am liebsten würde ich noch gerne weiter Komm, wir hauen noch ein Spiel Hauen wir noch raus hier Komm Eins machen wir noch dazu Was nehmen wir denn mal? Sollen wir als zweites noch hier hinten gammeln? Was sind das für Spiele von Mädchen? Also ich gehe jetzt von Mädchen Gehe ich davon jetzt aus 6 Vielleicht ein bisschen jung 8-Jähriger Bis 14 13, 14-Jähriger Mädchen halt Also keine Jugendlichen Sondern Mädchen Kinder Und was kriegen wir als Spiele hier vorgesetzt? Kissing during work First date Und Emo Beach Hangout Das zocken wir jetzt Leider es geht nicht Er macht diese komischen Geräusche Mag ich nicht Wee Ihr werdet sie wahrscheinlich alle gar nicht hören Find the difference Yeah Deswegen Play Okay Ja Ich schaff das Was? Yeah Komm schon Icecore Küsst euch vor allem Jungs Versteh ich nicht Dieser Junge hier irgendwas Ne Wir müssen rumknutschen Hä? Ah Du bist ein scheiß Kerl Jetzt versteh ich's Sobald dein Ausrufezeichen kommt Muss ich was anderes machen Ist das Bescheid Halt, halt Da war kein Ausrufezeichen Alter Alter Ha Du kleines mieses Mr. Marabeles Scheißvieh Oh das sieht gut aus Das sieht gut aus Na los Und dann mit deinem scheiß Kopf Jetzt krieg ich dich Machst du küssen Das ist gut Oh ich hab nur noch 17 Sekunden 13 Komm schon Komm schon Komm schon Das ist scheißegal jetzt Komm schon Komm schon Komm schon Uaaaaaah Entschuldigung Kurz die Kulnus verloren Es ist aber auch ein Atembaromndes Spiel Im wahrsten Sinne des Wortes Okay Das wird ja schon abziehen Aufzugucken du scheißvieh Ja 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 Fick dich Small Games Was passiert denn Wenn wir hier drauf klicken Gar nichts Oh schön Äh Guckt's euch Es reicht genug Bitte Es reicht Nein Äh Wenn ihr das irgendwie interessant fandet Äh Schreibt es in die Kommentare Äh Würde ich gerne wissen Oh Wawawawawawawawaw Äh Ja Ähm Was ich gerne noch als Nebeninfo rausbringen könnte Ich hab mein Angry Wiese Kanal von damals Hab ich es ungern dazu Art of Chico Ich werd da jetzt immer wieder Nur Sachen hochschmeißen Was jetzt halt mit So ein bisschen künstlerischer Natur ist Ich werd mir auch demnächst Ähm Wieder An meine Palmfilter heransetzen Und vielleicht krieg ich davon auch mal ein bisschen was hochgeladen Wenn ihr wollt Könnt ihr mal da reinschauen Ansonsten seht ihr da ganz schön viele Zeichnungsvideos von mir Und ähm Musikvideos werden halt da hochgeschnürt Die ich halt ganz gerne mache Äh Ansonsten ähm Ja Kommen wir wieder auf diesen Kanal zurück Schroht wie immer alles in die Kommentare Hat es euch gefallen Hat es euch nicht gefallen Wenn es euch gefallen hat Dann könnt ihr mal meine Lebensleisten ein bisschen hochpushen Die sieht nämlich immer sehr mager aus Irgendwie Äh Und wenn ihr vielleicht hier denkt Hier kannst du noch ein paar mehr machen Hier Wir haben hier noch 3D Spiele Hier Spiele für Kinder Wir haben hier kein Keine Spiele für Jungs Doch hier ist Sport Kampfspiele Ballerspiele Haben wir alles vorhanden Alles für Jungs da Lustige Spiele Haben wir alles vorhanden Wir haben also genug hier um uns auszutoben Wenn es euch gefallen hat Dann äh Ja Sagt mir Bescheid Und vielleicht habt ihr hier ein Spiel Wo ihr gesagt habt Ey das musst du jetzt mal zocken Hier zum Beispiel Wings Club Jetzt spiel das mal an Äh Skyline Dann werde ich es machen Für euch Meine Chikos und Chikas Und äh Ja Ich berg mich fürs Zusehen Äh Und hoffentlich Jo Sehen wir uns Irgendwann mal online Tschau Tschau